Knallharte Rabattschlacht oder wird es nun richtig teuer? Wie viel verlangen Autohändler jetzt ohne Abwrackprämie für einen Neuwagen? Außerdem, guten Abend. Wenn Sie dachten, nach der Abwrackprämie ist es vorbei mit den großen Rabatten, dann liegen Sie richtig daneben. Wir haben unsere Reporter quer durch Europa geschickt auf der Suche nach dem Autoschnäppchen, wo sie jetzt günstig einen Neuwagen kaufen können. Apropos Abenteuer. Mal eben für ein Wochenende in eine andere Stadt düsen und das so günstig wie möglich. Unsere Reporter testen diesmal die schwedische Hauptstadt Stockholm. Shopping-Paradies oder teures Pflaster? Lohnt sich der Städtetrip dorthin? Weitere Geheimtipps für Städtereisende sehen Sie jeden Donnerstag um 22.15 Uhr bei Kabel 1 und gleich. Vorher spielen wir Super-Zoom. Sagen Sie uns, was ist denn das hier? Willkommen zurück mit einem Kampf der Pop-Giganten. Es war ja nur eine Frage der Zeit, wann Pop-Queen Madonna und ihre heimliche Nachfolgerin Lady Gaga aufeinander losgehen. Jetzt ist es passiert. Und zwar vor laufenden Kameras. Das war's von uns am Montag. Keine Panik. Wir sehen uns morgen schon wieder. Punkt 18 Uhr. Bis dahin. Viel Spaß mit Anna und die Liebe. Das gibt's jetzt. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017